Von meinen vielen Wanderungen auf dieser Welt gibt es so viel zu erzählen von nicht vollkommenen Vätern und nicht vollkommenen Sünden und von Verlust und Liebe Die Geister vergangener Tage, weiß ich, mischen sich selten in die Menschenwelt ein Ab und zu, aber doch Ich möchte euch eine Geschichte erzählen Vielleicht glaubt ihr sie zu kennen, aber ihr kennt sie nicht Die Geschichte Des hölzernen Jungen Wo bin ich? Mir ist, als wärst du schon mal hier gewesen Der hölzerne Junge mit der geborgten Seele Werde sein Sohn Erfülle seine Tage mit Licht Wir taufen dich, Pinocchio Oh, was für ein Tag, was für ein Tag picco Bon Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020